Zum zehnten Gebot Ihr sollt euer Vertrauen, eure Hoffnung und eure Zuversicht alleine auf mich richten. Dieses zehnte Gebot bildet zusammen mit dem ersten den persönlichen Rahmen, in den Musubi alle anderen Gebote eingebettet hat. Ich, Musubi, bin der Herr, euer Gott. Alleine auf mich sollt ihr euer Vertrauen, eure Hoffnung und eure Zuversicht richten. Was einerseits ein Gebot ist, ist andererseits zugleich der Schlüssel für eine liebevolle Beziehung zu Musubi. Auf Musubi zu vertrauen, in ihn die Hoffnung zu setzen und die Zuversicht auf ihn zu richten, ist die Anleitung für ein gelingendes Leben. Statt Angst haben zu müssen, wird Schutz garantiert. Zum Vertrauensmechanismus findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Statt Hoffnung und Zuversicht auf irdische Inhalte zu richten, nur um immer wieder aufs Neue enttäuscht zu werden, schenkt Musubi Erfüllung, die über alle eure Vorstellungen hinausgeht. Statt Überforderung, alles alleine schaffen zu müssen, ist Musubi liebevoll für euch da. Dieses letzte der zehn Gebote verrät euch, wie ihr alles schaffen könnt und euch eure Zukunft gelingen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.